Was Stadttheorie verhandeln angeht, so meine ich, dass wir den Smart City Horror drin lassen sollten. Aber auch das können wir in der AG entscheiden. Was bisher gesagt wurde und immer noch gilt, Lage 2012, haben und brauchen forderte bereits im Manifest von 2012, eine auf Selbstbestimmung und Gemeinschaft zielende und an sozialer Gerechtigkeit ausgerichtete Wohnungspolitik in Angriff zu nehmen. Wie unterscheidet sich Arbeit von Nichtarbeit? Wo sind die Grenzen? Wo gibt es am Wallen zu und Unklarheiten in der Artikulation? Welche Arten von unsichtbarer Arbeit gibt es, die sich nicht gemessen lassen? Welche Arbeit macht welche Arbeit erst möglich?